Hagebutte Hagebutte, die alle nützlichen Bestandteile des Bodens enthält und seit der Antike für medizinische Zwecke verwendet wird, hört nicht auf, ihre Vorteile für den menschlichen Körper zu zählen, und jeden Tag wird ein neuer Vorteil entdeckt. Die häufigste Verwendung von Hagebutten, die mit ihrem hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt in vielen Rezepten in Küchen verwendet werden können, ist Tee. Dieser Tee, der unserem Körper unglaubliche Vorteile bietet, wenn er zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge konsumiert wird, ist ein Heilmittel für viele physiologische Probleme. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Verzehrs von Hagebuttentee, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie es uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Welche Vorteile hat es täglich ein Glas Hagebuttentee zu trinken, wirkt mit Riboflavin, Niacin, Thiamin und Phytosterolen, die in Hagebutten enthalten sind, und reduziert Entzündungen im Gefäßsystem, was dazu beiträgt, den schlechten Cholesterinspiegel zu senken und den guten Cholesterinspiegel im Blut zu erhöhen. Viele Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Mangan, Zink und Eisen, die für Ihr Herz sehr wichtig sind, sind in Hagebutten in sehr reichhaltigen Mengen enthalten. Diese Substanzen unterstützen die Aktivitäten des Herzkreislaufsystems und reduzieren die mechanische Belastung der Gefäße. Hagebuttentee wird auch als Magenschutz gegen Erkrankungen des Verdauungssystems wie Magengeschwüre verwendet, die durch ein Ungleichgewicht der Magensäure verursacht werden. Das enthaltene Pektin zeigt die regulierende Wirkung von Verdauungsproblemen, die durch eine unausgeglichene Darmfunktion verursacht werden. Es erleichtert auch die Verdauung und entfernt Darmparasiten durch das Verdauungssystem aus dem Körper. Nach dem Genuss eines Glases Hagebuttentee hilft es, die Verdauung zu regulieren, indem es den Wasserhaushalt im Darm reguliert. Es unterstützt die Entwicklung nützlicher probiotischer Bakterien im Verdauungssystem. Darüber hinaus ist Hagebuttentee reich an Mineralien, die die Menge an Zucker in ihrem Blut ausgleichen und kontrollieren, wie er vom Körper verwendet wird. Es beugt Blutzuckerschwankungen vor, indem es das Insulingleichgewicht im Körper aufrechterhält. Die darin enthaltenen Verbindungen sind sehr nützlich für die Blutzuckerregulierung und regulieren die vom Körperverstoff wechselte Zuckermenge. Ein Glashagebuttentee für gesünderes Muskel- und Knochengewebe. Der hohe Gehalt an Kalzium und Eisen spielt eine sehr wichtige Rolle beim Sauerstofftransport im Blut zur Bildung gesunder und starker Knochen. Es stärkt auch das Bindegewebe, das für Muskeln und Knochen sehr wichtig ist. Ein starkes Bindegewebe entlastet Muskeln und Knochen und verbessert unsere gesamte Körpergesundheit. Gleichzeitig hilft Hagebuttentee bei richtiger Anwendung, Ödeme loszuwerden, die durch überschüssiges Natrium im Körper verursacht werden. Ein Glashagebuttentee gegen Krankheiten. Es enthält mehr Vitamin C als Früchte wie Mandarinen und Orangen. Dieser Tee, der dank Polypenolen und Antioxidantien das Immunsystem stärkt, ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Mit seinem Vitamin C-Gehalt reckt es die Produktion weißer Blutkörperchen an. Es ist auch sehr wichtig für die allgemeine Gesundheit der Atemwege. Bei regelmäßiger Einnahme stärkt es die Immunwand gegen bakterielle und virale Erkrankungen der oberen Atemwege. Hagebuttentee für eine gesündere Gehirnstruktur. Hagebutte enthält Thiamin und Kalium, die den Blutfluss zum Gehirn erhöhen und auch antioxidative Eigenschaften haben. Diese Verbindung, die Gehirnerkrankungen vorbeugt und bemerkenswerte gesundheitliche Vorteile hat, bekämpft auch Angstzustände, Stress und Depressionen, die durch einen niedrigen Serotoninspiegel verursacht werden. Kann es also schaden, Hagebuttentee zu konsumieren? Zunächst einmal kann Hagebutte, die Magen und Darm von Giftstoffen reinigt und Bakterien ausscheidet, Übelkeit, Sodbrennen und einige Störungen des Verdauungssystems verursachen, wenn sie übermäßig und unbewusst verwendet wird. Andererseits kann dieser Tee, der die Muskeln entspannt und Verspannungen abbaut, bei übermäßigem Konsum Nebenwirkungen wie ein Schwächegefühl zeigen. Darüber hinaus wird Hagebutte heute in einzigartiger Weise zur Herstellung einiger Medikamente in der alternativen Medizin verwendet. Daher hat es das Potenzial, mit einigen Medikamenten zu interagieren. Wenn Sie Medikamente einnehmen, die Sie regelmäßig einnehmen, konsultieren Sie Ihren Art, bevor Sie Ihrer Ernährung starke Lebensmittel wie Hagebutten hinzufügen. Wie viel und wann sollte Hagebuttentee getrunken werden? Experten empfehlen, an zwei bis drei Tagen in der Woche ein Glas Hagebuttentee zu sich zu nehmen. Im Lichte dieser Informationen können Sie Hagebuttentee zu Ihrer Ernährung hinzufügen und von seinen langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert. Bis zum nächsten Mal.